Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, wer muss? Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs und Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist der eine in der Nervenklinik untergebracht. Damit Sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe, das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Himmels! Das ist Anne Rice-Geschwaffe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020